Heute machen wir das verrückteste Lucky Block Battle in einer Arena. Wir müssen random Lucky Blöcke aufsammeln und dann probieren, uns gegenseitig zu holen. Wer zuerst den anderen holen kann, gewinnt. Los geht's! Ja! Kaspar! Wo bist du? Zeig dich! Wir machen heute das krasseste Lucky Block Battle aller Zeiten. Aber nicht uns eins, sondern einfach mal als Battle Royale, ne? Ja, als Battle Royale. Das heißt, hier müssen wir probieren, auf jeden Fall zu gewinnen. Hast du schon einen Lucky Block gefunden? Nein! Ich hab noch keinen gefunden. Ah, da! Hier sind welche. Oh Gott, einsammeln! Komm, die Päckchen! Uuuuuh! Ich hab direkt was Gutes bekommen, glaube ich. Ja, ich auch. Oh, direkt hier ist Schwerter und so, das ist einfach wichtig. Oh, hier ist ein Lilana. Oh mein Gott! Ja, wichtig! Okay, was bringt das hier? Das ist ein Holzschwert. Ich bin gerade sehr, sehr zufrieden mit... Oh, hier sind noch ein paar Sachen. Wichtig, wichtig. Ja, ich bin auch ziemlich, ziemlich zufrieden. Ey, jetzt krieg ich aber echt... Okay, das war gut. Das hab ich jetzt gerade gebraucht, und zwar Essen. So, mal gucken. Ey, weg da! Also, ich hab echt... Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit meiner Ausbeute. Denk dran, wir haben drei Leben. Und das bedeutet, dass wir auch unser Inventar halt behalten. Oh mein Gott, hier sind ja voll viele! Yo! Wir sind drei Grüne aufeinander. Hau bloß ab, Alter, ich seh dich. Wo bist du, hä? Wo bist du? Ich hab gerade hier gesehen. Okay. Wie, du hast schon mit dir Platte, Alter! Komm her! Komm her, Kollege! Ich würd's nicht machen, wenn ich du wär. Ich würd's nicht. Digga, hau mal ab, Alter! Geh mal weg! Geh weg, Digga! Was hast du auch für einen Bogen direkt schon? Alter, nicht schnell! Komm her! Ey, mach auf! Was machst du? Tja! Digga, mach doch jetzt auf Ernst! Weil du mich früh angreifst. Ich wusste nicht, dass du direkt drauf gehst von einem... Oh, das ist auch Kraft 4! Oh mein Gott, hier sind schon wieder ein paar neue Lucky Blöcke. Die nehmen wir auf jeden Fall jetzt erst mal... Okay, das ist nicht so gut. Alle mitnehmen jetzt hier, ne? Okay, auch nicht gut. Ich brauch auf jeden Fall noch ein paar Liderne. Ein paar Liderne wären nicht schlecht. Uh, Alter, das ist... Ich bin ja fast schon voll dir! Was? Also Digga, das kann ich ja jetzt schon klingen. Ich hab grad mal eine Lederhose gefühlt an. Tja, dann müsstest du am besten mal schnell ein paar neue Sachen finden. Ja, ich bin dabei. Ich versuch die, ich bin mit dem Kopf und dran. Oh mein Gott, schon wieder! Oh, da spawnt direkt ein neuer Lucky Blöcke. Ja, ist der neuer gespawnt? Okay, das freu ich nicht. Ach, der Vogel ist nicht... Ach, der ist jetzt ein Helm oder sowas. Ne, leider nicht. Ah, bist du hier irgendwo, Kaspar? Ne, ich bin nirgends wo. Bist du hier irgendwo unterwegs? Du wärst ja auch Angst vor mir, ne? Ja, hab ich auch, Alter. Geh mal ganz, ganz weit von mir weg, bitte. Ich hab vier Eisenschwerter. Was soll ich denn damit? Was hast du denn da alles einmal? Ich bin ja am Rumsprinten auf jeden Fall. Ich glaube, dass du einen Bogen hast, der brennt, also. Du hast irgendwie einen Feuerbogen. Ja, ich hab'n richtig krassen Bogen. Okay. Also du würdest auf jeden Fall keine Chance haben, Bro. Soll ich dir jetzt schon so, wie's ist? Naja, gut. Wenn ich du hier, würde ich aufgeben. Hä? Na, vielleicht geb ich sogar auf. Bin ich geschossen? Ne, wieso? Hey, du hast auch Geschwindigkeit oder sowas, ne? Du hast ein Skelett. Ja, ja, ich bin auch sehr schnell, das stimmt. Ja, das kann weg, das kann weg. Wo bist du denn jetzt gerade, hä? Erzähl mal. Nee, die ganze Zeit angeschossen, Alter. Wir haben das Skelett, was 3000 Meter weit schießen kann. Ja, Alter. Was war das denn jetzt gerade? Ein normaler Schuss, wieso? Was für ein normaler Schuss? Wieso? Ich weiß nicht, wie viel Leben der jetzt abgezogen hat. Wie viel? Was hast du für einen krassen Bogen? Ich hab'n ziemlich krassen Bogen gezogen, ja? Hast du recht. Ja, oder mal krassen Bogen gezogen. Juhu! Alter. Okay, komm her. Komm, du doch. Geh weg. Seh dich nicht, du bist so dunkel da hinten. Ja, ich nutze die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist auf meiner Seite. Bam. Bro. Was? Bro. Ha. 9,5 Herzen. Was? Mit einem Schuss. Du hast doch gar keine Rüstung. Teil ich ja direkt auf. Ja, zieh ich auch nicht. Oh mein Gott, ich hab Portions bekommen. Bro, 9,5 Herzen mit einem Schuss. Was hast du für einen Bogen, Alter? Ich bin hinter dir, Kaspar. Ja, lass mir mal bitte hier einen Lucky Block noch aufmachen. Ja, ist das so? Ey. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh nein. Ja, langsam. Slow, das ist verdammt. Und jetzt. Bam. Und bam. Bro, guck dir doch an, Alter. Guck dir doch an. Oh, was ist das für ein cooles Schwert da? Ey. Sag mal. Geh weg. Geh weg. Au. Nein. Okay. Zweite Runde jetzt. Okay, Alter. Ich hab hier direkt schon Lucky Block am Start. Das ist schon mal ganz wichtig. Okay, okay. Ich hab die auch gerade, glaube ich, da gerade gesehen. Kollege. Oh, ich hab direkt mit dem Schwert, glaube ich. Eiseschwert. Sag mal, hier ist ja nicht ein Lucky Block in der Burg. Ja, dann kannst du die Burg ruhig behalten, wenn da kein Lucky Block ist. Das ist doch, Sam. Nicht ein Lucky Block. Oh mein Gott. Die Schwert hab ich eben nicht mal bekommen. Und direkt. Oh, aber der ist nicht so gut, leider. Hä? Hast du diese Sachen halt eben geöffnet? Oder liegen die einfach heile rum? Welches? Nee. Ab und zu spawnen auch Sachen einfach so, oder nicht? War das nicht irgendwie so? Oh mein Gott. Ja, korrekt. Oh. Wichtig und richtig. Kommt schon. Was Gutes. Ja. Oh. Das war wichtig. Was hast du bekommen? Nichts. Alles gut. Gar nichts. Müll hab ich bekommen. Ich bekomme hier gerade nur Müll. Müll, sagt er. Oh. Ja, okay. Der ist schon mal besser. Der ist schon mal besser, muss ich sagen. Ich bin mich mit zufrieden. Jetzt hier ein bisschen Glück vielleicht. Oh nein, eine zweite. Also, ob ich eine zweite Diahose bekomme. Hier. Oh, komm schon. Oh. Das ist doch was Feines. Wieso? Was hast du? Was hast du? Ich hab gerade was Feines bekommen. Au. Ist ich getroffen? Ja, renn bloß weg. Ich renn bloß weg, ey. Hau bloß ab. Mach ich auch. Mach ich auch. Ja, hau bloß ab hier. Ist genau gesehen. Leg dich nicht hier mit mir an. Komm schon, ein bisschen Glück jetzt. Alter. Hey. Hey. Ja. Das gruselige Schwert. Wo bist du? Nein. Was? Wie viel hattest du noch? Oh mein Gott, nicht mehr viel. Bro, ich hatte auf unsichtbarkeitsdrank, Alter. Ich bin wie auf Undercover hinter dir her gewesen. Ich merke das schon, ey. So, aber ist der besser? Der ist nicht besser. Ja. Komm schon. Bitte ein bisschen Glück jetzt hier. Was das denn? Hä? Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Ein Hammer. Okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, da ist noch ein Lilaner. Bisschen Glück jetzt. Bisschen Glück. Was hast du denn die Lilanen, Digga? Was ist das? Ey, da kommen Zombie raus aus dem Lilanen. Oh mein Gott, noch ein Lilaner. Als ob. Her damit. Und ich kriege hier nochmal die zehnte Eishose. Wichtig. Ich habe im Original zehn Eisenhosen. Oh Gott, geh weg. Bro, was ist das? Eine Slowness, aber Ei. Komm her. Ja, pa. Bam. Bam. Oh, yummy. Ja, natürlich schießt du mich da durch, Alter. Der hat gesessen. Alter, jetzt haben wir es fast kaputt. Ah. 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 Lass mich. Ah. Lass mich. Ah. Geh weg jetzt. Komm her. Geh du weg. Komm her, Kollege. Komm du doch. Du hast ein Tierschwert, Digga. Wahrscheinlich komme ich jetzt zu dir. Ich habe ein Steinschwert. Sag dir. Jetzt komme ich mit meinem Bogen. Ich habe eine Rüstung. Ah. Gott. Angriff. Komm schon. Nein. Verdammt. Ja. Ja. Geh weg. Was ist das? Was hast du mir gedrückt? Was hast du mir gedrückt? Tja. Ich bin vergiftet. Irgend so eine Langsamkeit oder so. Bist du verkriechen oder was? Ah. Oh mein Gott. Ja. Bam. Ha. Hast du Angst jetzt oder was? Renn und dein Leben. Ah. Renn und sturm. Ach, Digga. Ja. Bro, du hast halt immer das krassere Equipment. Da kann ich machen, was ich will, Alter. No joke. Komm her. Oh, ich will weglaufen. Hopp. Hopp. Komm her jetzt. Ja, ohne Bogen, Alter. Wenn du R hast, dann machst du... Ja, Digga. Guck dir doch. Guck dir doch an. Guck dir doch an, wie er spielt, Digga. Wie ein Mädchen. Okay. Und dann haut er sich in Goldabfel rein. Und hat auch dir Schmerzen. Ich will es lassen. Hey. Ach, Digga. Also echt. Also echt. Ja. Das kann man sich nicht ausmalen, Alter. Okay, pass auf. Die Runde, die jetzt kommt, wer die gewinnt, hat alles gewonnen. Okay? Ja, okay, okay. Okay, gut. Oh mein Gott. Okay, die alles entscheidende Runde. Oh Gott. Ja, war korrekt auf jeden Fall, dass du mir nochmal schauen kannst. Alter, liegt da mit der Hose rum. Hör, wo ein Bogen. Oh Gott, ich hab ein... Hey, wie jetzt? Und hier liegen Schuhe rum. Oh, ein Schwert. Hallo, moin. Okay. Okay, ich hab jetzt direkt schon mal zwei gute Sachen bekommen. Und ich hab eigentlich auch ein ganz gutes Schwert. Komm, bitte lass mich hier ein bisschen... Einfach jetzt. Ich weiß auch, was du für ein Schwert hast. Du hast einfach jetzt schon ein... Oh ja. Ja. Ja, das war wichtig jetzt gerade. Ich hab das krasseste Schwert bekommen, was man bekommen kann, Alter. Wie jetzt? Als ob? Ja, ich hab das krasseste Schwert, was man bekommen kann. Also korrekt von dir nochmal... Oh, ne Eisenbruchsparte. Korrekt von dir, dass du nochmal ne extra Runde gemacht hast. Hallo, warum hast du doch immer zu glöd? Was soll das? Alter, endlich, das Spiel auf meiner Seite, Alter. Ja. Jetzt können wir... Oh, was ist das denn hier? Das wird nochmal interessant auf jeden Fall. Oh, nochmal Netherite-Schwert. Was? Was hast du gesagt gerade? Was hast du gerade bekommen? Netherite-Schwert. Neverite-Schwert. Ach, ja. ETF. Okay. Mein Problem ist, ich finde keine Lucky Block mehr. Ich glaube, du hast die ganze Zeit irgendwie Lucky Block am laufenden Band. Ich finde die ganze Zeit gar keiner. Also ich muss nur in den richtigen Ecken gucken. Hier sind auf jeden Fall wieder... Joa, vielleicht. Ja, ja, ich wusste ganz genau, dass du schon Ecken kennst, wo wahrscheinlich nur Grüne... Bist du hier irgendwo? Wieso, bist du hier irgendwo oder was? Nein, nein. Alles gut. Oh, okay, wichtig. Oh, da vorne ist ein Lillaner. Da ist ein Lillaner. Oh, ein Bogen mit. Ja, kommt schon, was gut ist jetzt. Ey, da kommt ein Zombie raus. Ich glaube es ja nicht. Oh, ein Lillaner. Oh, kommt schon. Ist er besser? Oh, der ist gut. Der ist sehr, sehr gut. Das freut mich. Goldene Karotten aus dem Lillaner. Also wirklich, das ist ja wirklich eine... Hä, noch einer? ...Mage. Und? Ja, der ist aber nicht so gut. Oh, Diaschwert. Jawohl. Sehr gut. Vielleicht fehlt da irgendwas anderes oder so. Ich sehe dich. Geh weg. Willst du schon fighten oder was? Komm her, Alter. Was hast du, hä? Was hast du dafür equipt? Hau ab. Hau du doch ab, Alter. Komm her, weil du dich traust. Komm du doch, du läufst doch grad weg. Digga, was ist denn das? Digga, was ist denn das, Alter? Mal ganz im Ernst. Neun Herzen, ich bin voll ein und neun Herzen, Alter. Was ist das? Ja, okay. Jetzt hast du nur noch zwei Leben, Kollege. Will nicht sagen oder so, ne? Aber dann bringt dir dein dover Sloanus Hammer auch nichts, wenn du nicht an mich rankommst. Ja, das bringt mir sowieso nichts. Was ist das denn für ein Schwert? Ist ja neu. Was? Was hast du da? Schon nicht gehabt? Wo bist du denn? Da schießt er mich mit dem Bogen, obwohl er selber gesagt hat, kein Bogen. Achso, ja, sorry. Ja, gut, sorry. Nix da. War er jetzt wieder Bogen oder nicht? Jetzt können wir mit Bogen machen. Ohne Bogen, ohne Bogen. Jetzt können wir mit Bogen machen. Wir machen ohne, komm, wir machen ohne. Nein, nein, du hast mich jetzt abgeschossen schon. Digga, weißt du, weil du weißt, dass der Bogen die einzige Chance ist, die du hast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her. Komm her. Nein. Komm her jetzt hier, Digga. Ich verstehe da keinen Spaß. Oh mein Gott. Komm ran jetzt hier. Habe ich geressen? Habe ich geressen? Oh, vater. Ha. Nein. Wo bist du? Ah. Ja. Bro, was ist das für ein Bogen, den du hast, Digga? Komm her. On guard. Der zieht acht Herzen ab. On guard. Komm her. Oh. Ey. Hau ab. Nein, Bro, was hast du für einen blöden Bogen, Alter? Mal ganz im Ernst. Achteinhalb Herzen zieht der ab. Warte. Zack. Zack. Ne, schon wär's. Aber ich habe jedenfalls. Ich bin nirgendswo. Ich bin nirgendswo. Oh, please, du Kasper. Komm her. Hör auf, dich zu generieren. Ist doch eh noch in der Burg. Oh, jetzt schießt du hier. Oh Gott. Du weißt genau, du siehst mich jetzt hier gerade. Ich war einfach hier oben, Digga. Du hast ja wirklich gesehen. Jetzt gibts auf die Augen. Hey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bam, Junge. Boom, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boom, Junge. Ah. Okay. Es wird interessant. Es wird interessant. Was? Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir beide noch ein Leben, ne? Habt ihr das schon gehört? Ja, komm doch. Du bist nicht hoch genug. Du musst hören. Du musst hören. Du hast schon gesehen irgendwie. Oh, was? Oh, was? 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 Was für ein Shot, Digga? Was war das denn? Was? Was? GG. Mann. Ja. Gewonnen. Das war es auf jeden Fall gewesen, meine Freunde. Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auf jeden Fall das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein bis morgen. Ciao, ciao.